BING! 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 Nein! Ich höre die falsche Waffen! Ich nehme mich mal auf! Bist du dabei? Aber Cut! Ich weiß egal, die macht viel mehr Schaden wenn der Fanning erst die Haare ist, der f***st und gleich nicht da! Aber... Ich hab Angst, nicht umkringen! Professionell vorgehe, nicht durch wie der Affenballon! Ja, ich weiß! Ich hätte Achtung, ich bin die tiefsten Züger! Was ist das? Können wir da irgendwo Affen füllen? Wollen wir was schon? Heute ist das immer grauernd! Ich hab was gesagt, wie du himmst! Ich hab was gesagt, wie du himmst! Du komm mal auf hier vorn! Aber ich glaube, hier büllen jetzt gleich die Gruen auf! Ich büllen jetzt die Gruen auf! Aber du musst schleichen, wenn du da rum bist! Ich hab's das noch nicht! Ich hab die Gruen auf! Du musst schauchen! Ich hab' die Gruen auf! ich denke jetzt wo heute Yes, boy. Beide in D-Richtung. Ups. Come on. I have to hear it. Do we go further or do we go further? No. Let's go further. The Gordon Ramsay will make it empty. That's a good one. That's a good one. The other room is here to be closed. Another room is in the haunted house, in the other house. The other one will go further. How difficult to go for him? He's also the same. He's a male. He's a male. Nicht wahr, sie Was noch groben? Einer muss rüber kommen Ich bin nicht abgeschaut Schieb die Kacke, Alter Hinter uns kommen auch alle Ja, ich habe gemerkt Da ist der Ohr noch Mit dem Wasser zu schossen werden War belastend Ich darf uns nicht davon mal kämpfen Fettsack ist in den Tieren drinnen, Alter Der ist scheiß... Der Geist, Alter, ja Assassino Ultraschwul, sonst was halt ihn Weiß Ist das Schwert drinnen? Echtet? Ich muss mal schauen, ob ich noch kommt Erstmal schauen, ob ich noch kommt Was macht man zu? Geig, geig, geig Es ist schwierig, dass die anderen zwei Gleiter herkommen Da ist es auch noch drinnen bei dem Da habe ich gehört Der roste mich unten zuerst Ah, der hat davor geschossen Machen wir, machen wir einen Plop Da kann man halt überall rein In die blöde Kirchen Das ist scheiße Ich habe es gemerkt Der Kirche bin ich bis jetzt fast immer geprägt Weil der scheiße ist Da kannst du unten einer Da kannst du überall einer Da kannst du wirklich nicht da rumcampen Und auch schauen, wenn man eine Leiter aufgeragelt Und sie wegkommt Da rennt einer Ich habe es gemerkt Ich habe es gemerkt Ich habe das Gefühl dass alle da herkommen Wir gehen auf Löten Kanters, Kanters, Kanters Sin und Sin und Gun Ich habe es gemerkt Ich habe es gemerkt Ich habe es gemerkt Ich habe es gemerkt Aber da gibt es noch ein Ich habe es gewerkt Was haben wir zum absitten? Ja. Direkt draußen auf der Terrasche. Der schlingelt der. Ich zitt nochmal an. Ja. Nein, ich hab mich selber abschocken. Ach, der Chemie ist erschrocken. Ich hab noch nicht. Jetzt brennt der Panikadressen nicht. Ja, ich hab noch nicht. Ist der hier? Ich wusste nicht, ob der es nie gestreckt hat. Ich hab noch nicht. Ich werde da nicht. Du hast ja nicht nie gestreckt, scheiße. Draß nach der Terrasche. Ich wusste nicht, der muss ja da drassen liegen. Der ist runtergefallen. Da kann er wieder aufheben. Scheißen. Ja, der liegt da unten. Ich hab nix mehr zum schmeißen. Jetzt hat er cool fire, cool fire und nix mehr. Der liegt, der ist un dick voll. Der hat aber nicht wegsnecken. Ich werde da unten aufhören. Der galle Алlo in's. Ich werde da vorne mit den Winkler suchen. Ja. ja der kirk ist echt kacke oder du kannst nicht mehr campen ich bin für extremst cool wo ein deutscher gerade irgendwas klaubert, da wollen wir auf jeden Fall hin da schleichen irgendwo im Land doch du hast den hin gemacht Dicke wirklich? da liegen zwei aufeinander doch die sind aufeinander gestreckt nur ganz spitzende Sandwich alter doch was du niederdruckt hast ich hab den extreme sollten auch gekaut alter da liegt da irgendwo eine Heilung nein ich könnte mich selber heilen da kommen wir noch mehr Kundschaft wir bleiben Dicke da rum natürlich der kirk läuft die scheiße verteidigen alter da kannst du echt nicht campen Drecke schlug da ja ich schau wenn einer irgendwo von der Leiter hoch kann ich hab da zwei Ausgänge die sich noch von einer ruf kommt wundschaft Dicke nein ich schlieg's an hin ja wenn Dicke das interessiert was da auf der dritten mal liegen dann kommen wir da nicht auf was vergessen ich weiß ja warum guck mal die alle hier ich kapier das nicht immer da wo wir sagen mit dem verarschen alter da wollen wir mal da helfen Dinger ab sowas alt da kannst du von diesem Jäger nichts verblühen dann den wird's alter ja du hast die Trassen schon gesehen da was Trassen liegt das wär der vor Ort was den unten dreht halt da kann ich gerne das Klavier auch machen ich kann ja werft das von hinten für den Punkt also ich kann ja jetzt drei Ausgänge verbrochen halt hast du keinen zu weit schießen ja ich bin ja noch an Treppen kommt an Treppen machen wir haben bis hier ich hab die anderen da haben bis hier und ciao ja hast du vergessen ich schaue hinten saß die ich schon ich schon AHHHHH oh Gott weil der leg wirklich nur gleich ist alter ja was machen wir jetzt haben wir RIP alter also den bläht jetzt halt der Affe weil der gleich ausgegangen ist und nun das ist eine gute Frage machen wir den hin wissen nicht ob die Trassen nur sein drassen sind auf jeden Fall bestimmt noch ein ja das sind auf jeden Fall die weil wir Schästen gekehrt haben wir wissen bis wir noch leben drei Stück sind schon wie fünf Gegner noch Bläht was da so wohl eins sind da bläht doch irgendwo um no der der ihn drassen war aber auch schon einzeln Oer eine was von den ja einzeln ja der fragt mich ob der da einzeln ist der was da liegt nicht die zu einem Sandkeert zwei Stück um die Sandkeert war bei uns waren ja den da ruhig diese Trassen auch gesunken der hat nicht gereischt Einzelne Pro. Wenn du das eingeschmeißt, die Kino und Sache reichen unten. Ja, was machen wir? Ich bin mit der Situation überfordert. Das ist eine Paz-Situation, Alter. Weil die gehen ja neben uns dann die Penner. Echt Scheiße. Ich muss ja schon mal überlegen, was wir machen. Willst du, was wir machen könnten? Keine Ahnung. Schau, wir müssen jetzt am besten I-Punk bekommen. Hast du jetzt hier Monika-Bump noch? Natürlich. Ah, nein. Von höchstens vollen Ausgang zum Mocker. Die Kino hinten von den Assassinen, wo ihr einer und die Kino einer sind. Nein, das hält ihn. Schaut man nicht. Schaut man denken jetzt. Wenn wir nur wo, was wir machen, das... Na, das ist ein Hund. Ich kann schon mal das Schleichen drüber. Mal gucken. Mal gucken wir da her, Hunderbobert. Der Ausgang ist bei uns da. Mal gucken wir uns da. Mal gucken, was wir jetzt machen. Mal gucken, was wir jetzt machen können. Mal gucken, was wir jetzt machen können. Mal gucken, was wir jetzt machen können. ja da ja da da Ich hab voll kaum Blumen essen So weit Der Spieler ist fertig So nein, 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 so zentriplierende Asper Ich hab mir auch einer abgekommen Ja, aber da ja Ah Oder ein Chabadeyer Ja, vielleicht soll ich auch ein Chabbern Hehehe Kann sie warten Weil ich bin nicht abgerufen, ich muss schon rein Ja, also halten wir uns bedeckt Vielleicht können wir beide so staunen Ich hab jetzt zwei Möglichkeiten Wir staunen beide so oder wir verrecken Wir sind drauf Aber was das für Scheiße ist Ich würd gerne die Harmonikapumpen dann nochmal schmeißen Wir schmeißen sie auf die Dreck Wir wollen doch nachfahren Machen wir mal schauen Da geht alles anders aus Über Eingang Der ist ja hart und äußerst gut Hat ihn da unten auch ausgegangen Aber da ist auch nicht so gut Ach so, der werden von irgendwen bekämpft Der bewegt sich aber nimmer Also schau ich jetzt auch warten, wie er den Astazin macht, ob's auch machen oder nicht? Ich geh schwer davon aus, weil der Großvorgang nur in der Grenze ist, dass der bei uns bei einem Camp irgendwo im Weg ist. Was wurde ich? Ich glaub, der gegen eine Ast. Hast du pflutzt heute? Ich glaub, der gegen eine Ast. Ja, den machen wir aus dem Staub. Na so, wenn wir den Astazinen machen, dann spielen wir uns mit den Astazinen ein, du es abwunden, dann machen wir den zwei Eingänge, wo er einigen ist. Das sind aber mehrere Eingänge, oder? Na, das ist dann ja noch hinten, wenn wir uns mit denen ein spielen. Ach so, ach so. Hinten kann ja noch einer einigen. So ist die Gefahr nicht so groß, dass von den anderen drei Idioten da noch nicht noch einer kommen. Der hat drei Gegner müssen, oder was? Seidens haben wir auch weggemacht. Was ist denn, Peter? Ich mach den Eingang zu aus dem Scheiß, egal. Das heißt, wir brauchen die Kinder. Hinten wir auch in der Astazinen. Scheiß. Ich glaub gerne, Peter Morgensson verlieren. Dein ist nicht mehr da. Kein leise. Kein leise. Bleib mal stehen. Dann hat er sich ein Fett verpastet. Ja, die Hau ab. Du, gut, ich muss den Eingang dazu. Steiner? Ja, gleich. Der geht nicht los. Eingang ist dazu. Boah, ich würde fressen heute. Hör ab. Werner, ich würde fressen, nicht zu sparen. Das ist auf jeden Fall. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 hast den penner ja Ja, ich bin mit uns beeilen. Da kann man echt nirgends anders ein? Bist du dir sicher? Da kann man nicht halt die Kinder näher von dem Tuch, wo es einer schmeißt. Soviel ich weiß, aber da kann keiner mehr ein. Du hast ja den Ausgang von dir auch gemacht. Ja, ja, aber jetzt hab ich können... Da kann man näher nur vorne von den Fenster ein. Da ist kein Muni nirgends, Alter. Das Problem hab ich auch gehabt. Ich hab ihn ja noch. Soll ich ihn verbannen? Ja, mach einfach. Ich hab nur 3 Shotgunschuss, Alter. Warte, ich hab nur 1 Shotgunschuss für die M2, Alter. Das geht jetzt dann. Schau, ob da irgendwo Muni liegt. Da liegt Muni. Da ist drauf, mir gebracht, um ihn zu lang zu verteidigen. Woher steckte mit dem Sitzen, Alter. Für 3 Schuss, Alter. Jetzt über einer gekriegt, einen Schuss voll ins M1, Alter. Na gut, dann kämpfer halt weiter. ich bin er ist das Schiff muss gegenseitig kaputt Prozent war dafür die 100 es kommt da kommt Kulner mehr einer normaler auch noch und auch schaut keine Dank aber sein wird es war ein gängiger Lüder mit dem Kuh nicht mehr, also gibt's schon gar nix in den Scheiß-Kuhn-Kopf also wenn du mich nicht reichst, bist du die letzte Postion ich mach den hin ich hab noch neun Schuss in meiner und fünf Schuss in der anderen und dann hab ich noch einen Shotgun Schuss extra in meiner kleinen doch, wir schmeißen dir da kurz die Harmonika da her, weil sonst sind wir im Arsch sind wir im Arsch, ja ich meine, ich muss sich freischneiden mit dem Scheiß, das dauert ich nicht ich setze eh mal die Campen, die jetzt dann da oben auf, wie war der ausgegangen ist schluckst du mal an jetzt kommt er auf den Weg, schnelles geht guck mal was die Harten vor ist, der Kinder vorhin den Eingang dann da hinten einen Absprenger, geil ja, ich weiß der Schub ganz von uns haben wir hin an die letzten beiden Mexikaner was ist Was soll kackmen hier gehört uns? Lieberkars Halt deine Schnauze Wir haben noch kein Wort gewechselt Das geht mir auf den Sack! Was wollen die von mir alle sagen? Mein Headset ist anders, das ist immer anders Wo sind die? Wo sind die? Oiner ist da da hinter der Mauer und einer ist vorne wo wir Zug machen Was? 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 Ich nehm es nie und weißt du warum Der Mauer, der nehm ich nur bester Leute, dann pushen sie Verstehst du was ich wollen? Ja Du hast auch bessere Taktik, wir können es einmal testen Ich will auch an Peter Morgens auch nicht verlieren Was spielst du eigentlich? Was? Das ist klar Was? 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 Scheiße. Alter, der das hat. Wird scheit das Fenster abgerissen? Da kommt so richtig geiler Ostwind, Alter. Blast voll durch. Es ist so geragelt, oder? Ja, der Typ nicht. Ich hoffe, dass der nix reinkommt. Dann sind wir nämlich im Arsch. Ja, pass hoch. Aber es halt sich der vor nicht. Jetzt mach ich mal was Wichtiges. Das kann ja ich nicht wissen. Hättest ein Notsignal an. Von meiner Leiter abgesprochen wüsst. Jetzt fallen sie alle da vorne. Wenn die Eingänge verblockiert sind, sehen sie das und denken sie so, Geh, ey. Ich hoffe, dass da noch gleich das Fenster einspringt. Das war super witzig, Alter. Ich kämp' da schon die ganze Zeit. Oh, das sind zwei Lachen. Was? Was? Kann ich jetzt singen? Ich spiel grad kein WoW. Ja, wer immer halt. Ich darf das nicht singen. Ich hab kein WoW. Den erst macht er mal wieder scharf, und dann langt's wieder keine alte Sauer. Ich glaub, ich spiel doch nicht jeden Tag. Nein. Doch. War heut schon drin? Ja, heut, aber jetzt doch nicht. Ja, weil ich da keine Lust gehabt habe, weil ich jedes Mal so hoch war, dann hab ich keinen Bock mehr gehabt. Ich hab die übrigens wieder eingeholt. War geil. War lustig. Äh, warte mal. Haben mich noch nicht eingeholt. Jetzt schau ich erst einmal da. Und ich hab parallel mein Paladin auch noch hochgespielt, auf fast 290, äh 390. Parallell. Parallell. Deswegen hab ich gestern wenig gespielt, und heute noch nicht, weil das zwöl war. Ich glaub ich hab 386 oder irgend so was. Nein, du hast meine eine. Viel viel meine. Äh, 96 mal die. Nein. Nicht 86. 391 hast du. Kann ich nachgucken? Echt? Ich weiß nicht genau. Ja. 390 hast du, ja. Wir melden dir mal gescheite Rüstung heute, das schaut komisch aus, das grüne. Das passt jetzt zu den anderen Sachen. Was? Ja. Du hast dich gar im Grunde anschauen. Ja, ich mach, ich mach, ich mach, ich mach, ich mach, ich mach dir, du hast Insta gekriegt, da sagst nix mehr. Ja, ich will dir von, von, von Dings kommen. Ja, komm mal bei mir. Ach, vom Endpost, vom Smaragdgrünen Albtraum da. Der Roden. Aber... 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 Ist das normal, dass da... fast kein Loot kriegst du da drin? Ich hab da fast nix gekriegt. Ah ok, dann ist es normal. Scheißdreck. Alter, ich... Ich hab immer nur Gold gekriegt. Bin auch voll rohisch durch und der Bär hat mich dreimal weggekrampt. Ja, ich hab das auch mythisch gemacht, bis auf die letzten zwei Bosse, dann hat der Gold gekriegt. Ich hab den Bär dreimal gemacht, dann hat der mich dreimal angeräumt zum Schluss. Dann hab ich umgeskillt und dann hab ich ihn doch noch geschafft. Durchs Umskillen. Bei dem Bär bin ich auch fünfmal gefreckt. Wie hab ich denn schon gemacht, das Arsch noch? Ja, kurz bevor er gefreckt ist. Ja. Dann hab ich umgeskillt, dass ich ein Schild hab und was weiß ich noch. Und dann hat's funktioniert. Bei mir kommen's. Wenn ich da so lange sitze und verreckt, dann kann ich dann schweig ich den Scheiß auf mir jetzt. Oh, der komfortiert hat. Achso, was hab ich? Ich, äh... Du hast 300... Nein! Lache, Alter. Geh ich auch schon, den zieh ich gleich auch. Pass auf, ey, pass auf! Geh ich auch schon. Achso, ich hab ja drüber! Achso. Ich hab ja draufgemacht die ganze Zeit, Alter! Ich hab ja drüber gemacht die ganze Zeit, Alter! Ich hätte das Bounty doch nicht mehr nehmen sollen. Ich hätte nur warten sollen. Vielleicht wäre da auch einer gesprungen. Das ist auf jeden Fall nützliches Nachteil, das Urschlupf. Du hast die Ohren von 9. Das ist der Schwachfreie. Und mein Paladin hat 3.8. Echtes? Ich glaube so. Geh nicht rein in der Schlüssel. Blech da draußen? Wieder so Kanack auf der Straße. Ist der drin? Nein, ist nicht drin. Dein Kumpel ist drin. Der rett der Trasse Nummer 1. Machst du geil wo, Alter? Mein Mutter hat die Bauarbeiter vor dem Haus zur Sau gemacht. Warum? Weil sie gestern es Abend gehört haben und dann haben sie vor dem Haus keine Platten hin, die man durch das Loch durchradschen können. Ich meine mir ist das wurscht, weil meine Mutter keinen Meter über den Unterschied ausgleichen. Und alles schon nicht mehr. Du kannst ja den Stratz runter. Ja, nein. Wer hat es geschafft? Kommt zum Wochenende. Jetzt kommt zum Wochenende. Schatz zu, jetzt sieht er was hinter. 6 Stunden. Ich hab noch 2 Minuten. Ich hab noch 7. Das hat Rimming gemacht. Das war super episch, Alter. Dieses Mal hab ich es aufgenommen. Ey, ich hätte das Kotzen angefangen. Ich erkund, ich mach äh, Pfadfinder 2, erkund alles und dann denk ich mir, warum krieg ich den Drecks Erfolg nicht, dann schweig ich. Ja, ja, genauso dumm. Willkommen im Club, genauso dumm wurd ich auch. Warte, du machst den Knacken auch nur für respektvolles Spiel, Alter. Dann hab ich Speyer angefangen. Ich auch. Und seitdem hab ich nicht mehr gespielt. Ach, da steht er. Gar nicht, eigentlich. Ist er schon drinnen? Nein, der steht noch nicht. Ich hab ihn noch drauf. Ich glaub, ist er hier? Nein, es rennt auf der anderen Seite irgendwo umeinander. Ist den gröner Heisel drinnen? Nein, der auf der anderen Seite rennt irgendwo. Ich glaub nicht, ich kann nicht mehr oft schauen. Ich kann nicht mehr mal schauen. So ein Lappen, Alter. Ich hab da so gesehen, wo er so hingesaut hat. So, geh ich rein. Ich feier das, wenn sie immer so lacht. Das macht sie nicht in dem Spiel irgendwie. Aber was witzig ist. Ja, aber ihr lacht es anders dabei in einem anderen Spiel. Was witziger ist. Aber von der Steve so hinten. Vor allem wenn da ein Nächer irgendwo ist. Das ist so, ich hab ihn mit dem Spiel. Ja, da ist so. Und da geht's nicht los. Das ist so. 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 Der sitzt da am Eck. Der soll doch am Eck. Ich bleibe da wieder. Was bist du für einer. Alle Zuschauer. Ganz unten ist er. Lol und jetzt höre ich es ihm zu. Du dreckiger Camper. Kannst du mich hören? Da sind keine Lasseln. Das ist nur ein Rasseln. Alalo. Alalo. Und wem redst du? Da sollst du mit den Schmier zu rennen. Aber in der Zeit nicht. Ich meine, dass du da am Eck noch mehr haust. Ich finde das nicht so ein Japaner. Der meint, du bist ein Urwaldler. Weil du nur ein Ho-Hau wird. Tony Moor? Mayomayo? Mayomayo ist doch auch. Nein. Ich hab dich immer noch da drüben. Ich hab nur 5 Sekunden. Was bleibt denn der? Du wirst jetzt wirklich reinkommen. Jetzt bekämpft er uns, weil er da hinten da ist. Ich hau gleich das andere Zeug aufgefahren. Der ist da hinten. Der red ich immer unten um uns. Der ist da drüben. Der ist da drüben. Ich glaub, der haut ab. Der ist da drüben. Ich hab noch nie mit den Karten drüber fuhren. Ich hab den Gämmchen mal Natziata mit dem Pahler und Fummeln da weggefest. Ich hab den Gämmchen mal Natziata mit dem Pahler und Fummeln da woher weggefest. Na, 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 Dottl? Hattl? Du alter, weil Nassiatra gesagt und dann hab ich ein Video gesehen mit, mit, mit äh... ... und Ratschara und dann sagt die Nassiatra. Und ist ja was? Hey, er rennt irgendwo da unten umeinander. Echt jetzt? Da unten, schau mal, du da mal, ich hab's noch da gesehen. Ich hab noch 3 Sekunden. Da unten rennt er irgendwo. Na, bei mir ist er weg. Ja, bei mir ist er da unten umeinander gerannt. Bei mir ist er weg. Schau ich so. Schau lieber du mal, der rennt da irgendwo da unten. Ich hab ja nur 2 Sekunden. Ja, der ist doch da unten umeinander gerannt, jetzt da unten, was du da rein gehen kannst. Was hat der Kopf jetzt da? Der ist weg. Ja, dass der beim Ausgang kämmt. Die Wurschen, scheiße noch. Der ist 100% da rein gefallen. Ich hab doch den da gesehen, ich hab mich da nicht täuschen. Ja komm, bis der nachher kommt, sind wir weg. Ja komm, bis der nachher kommt, sind wir weg. Pass auf, jetzt kämmt er da irgendwann mit irgendein Unsichtbarkeitsmantel. Pass auf, jetzt kämmt er da irgendwann mit irgendein Unsichtbarkeitsmantel. Besser, du scheiß geil. Besser, du scheiß geil. Ich hab noch 1 Sekunden. Und wo kämmt er da irgendwo, Alter? Raus noch zu. Warum hast du den erschossen? Ne. Ich hab da neben mir schon gleich ins Gesicht reingeschossen. Das hat's noch gelangt. Oder wenn er auf Glätschen gerückt hat. Der ist da nirgends. Was? Na lass dich, Dicker. Was? Oh, da ist's geblieben, Alter. Ich will die Kurkolomniakulieren. Doch, na! Ja, das hat er jetzt. Feind ist auf. Putz'n Fondraut. Ich hab aber ein Knapsbett geblieben, Alter. Ich hätte heute nicht mehr Glück gehabt. Ich hätte Notfall dann nur auf mein Schott kam, wo ich schon auf der Vorrätschen bin.